Das Wort hat jetzt die Kollegin Halina Wafziniak von der Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, als ich vor einem halben Jahr in den Bundestag gewählt wurde, hätte ich nicht gedacht, dass ich hier so häufig reden muss und das alles nur, weil ältere Herren zu blöd sind, mit Geld umzugehen. Herr Wellenreuther, man sollte vielleicht etwas mehr lesen als die Überschrift. Ich verstehe ja, dass Sie ein Problem haben mit der Gründung der Neuen Linken. Das, was Sie angesprochen haben, war eine Unterstützung des Wahlkampfes der WASG, weil die Linke nicht angetreten ist. Die war im Rechenschaftsbericht der WASG nicht angekündigt oder nicht aufgeschrieben worden. Machen Sie daraus keinen Skandal. Nun will ich aber nicht, ich bin ja ein freundlicher Mensch, nicht mit gleicher Münze zurückzahlen. Und deswegen will ich der in Verruf geratenen CDU jetzt nicht voller Misstrauen unterstellen. Sie setzt das Sponsoring absichtsvoll ein zur Umgehung des Parteiengesetzes. Niemals! Es wäre ja absurd anzunehmen, dass ausgerechnet Sie so handeln würden wie Kohl, Koch oder Kanter. Das würde im Übrigen auch die FDP nicht zulassen, die ja mit Sicherheit gelernt hat aus Lambsdorff, Möllemann, Rexroth. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, es hat ja schon postpubertäre Züge, wie Sie hier auf die Linke reagieren. Ich habe Ihnen das letzte Mal, würden Sie zuhören, gesagt, was mit dem SED-Vermögen ist. Ich nenne zwei Daten. 31. August 1991, sämtliche Konten gesperrt. 18. Juli 1995, Vergleich mit der Kommission zur Überprüfung des Parteienvermögens. Wenn Sie unser Programm ansprechen, dann zweifle ich an Ihren Lesefähigkeiten. Das haben wir nämlich. Und im Übrigen, ziviler Ungehorsam hat diesem Parlament noch nie geschadet. Nun kommen wir noch mal zum Sponsoring. Dieses ist im Parteiengesetz mit seinen Publikationspflichten tatsächlich nicht vollständig geregelt. Dennoch sind die Leistungen des Sponsors steuerlich absetzbar und für ihn wegen der Werbe wirksam durchaus attraktiv. Sponsoring ist, so hat Professor Martin Morlock formuliert, eine praktisch bedeutsame Form der Parteienfinanzierung. Und es ist aus Sicht der CDU eine durchaus zauberhafte Variante. Ihre politisch fragwürdigen Machenschaften zu betreiben, ohne die in Verruf geratenen Parteispenden zu nutzen. Im Übrigen ist es mir völlig wurscht, ob der Ministerpräsident von NRW und Sachsen, ob Rüttgers oder Tillich käuflich sind und daher nicht tragbar als Landesväter, oder ob Sie nicht wissen, was Ihre Partei so hinter Ihrem Rücken veranstaltet. Am Ende gilt nur eins, der Bundestagspräsident hat recht, es ist selten dämlich. Diese Art der Parteienfinanzierung ist nur ein Teil des Puzzles aus Geld, Macht und Politik. Abgeordnetenbestechung und Lobbyismus, Sponsoringleistungen an die Bundestagsverwaltung, die Entsendung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern großer Unternehmen und Verbände in den Ministerien, das alles macht das Puzzle komplett. Und es ist genau dieses Puzzle, das zu Parteienverdrossenheit und Politikverdrossenheit führt. Und letztendlich zu Demokratieverdrossenheit. Die Menschen haben nämlich das Gefühl, nicht die Abgabe der Stimme zur Wahl ist entscheidend, sondern wer Geld hat, kommt an die Mächtigen in Politik und Staat heran, kauft sich seine politischen Entscheidungen einfach. Das ist auch ein Weg. Der Gedanke der Repräsentation in unserem politischen System, der wird damit ad absurdum geführt. Und dann stellen Sie sich hin und beklagen ernsthaft, dass die Leute nicht mehr zur Wahl gehen. Na meinen Sie denn im Ernst, die lassen sich von Ihnen an der Nase herumführen? Für wie dumm halten Sie denn die Menschen eigentlich? Die Linke hat in der letzten Legislaturperiode einen Gesetzentwurf eingebracht, der den Tatbestand der Abgeordnetenbestechung an internationales Niveau angleichen sollte. Abgelehnt. Die Linke hat in der letzten Legislaturperiode einen Gesetzentwurf eingebracht, um ein Lobbyistenregister einzuführen. Abgelehnt. Wenn Sie es denn ernst meinen, dann stimmen Sie diesen Anträgen, die wir wieder einbringen werden, einfach zu. Meine Damen und Herren, Repräsentation bedeutet nicht nur Stellvertretung, sondern auch das Sichtbarmachen von Unsichtbarem, also Transparenz. Wir brauchen ein System öffentlicher Finanzierung und vollständiger Transparenz. Wir brauchen eine Kontrollinstanz, die durch gesetzliche Sanktionsmöglichkeiten gestützt wird. Und Transparenz verlangt eine systematische Berichterstattung und Rechnungsprüfung. Kontrolle erfordert eine starke Instanz, ausgestattet mit ausreichenden gesetzlichen Vollmachten, die zur Überwachung führen und gegebenenfalls auch den Staatsanwalt einschalten können. Das alles, wenn wir das alles machen, dann sind wir einen Schritt weiter. Alles, was dahinter zurückbleibt, führt nur weiter zu Politikverdrossenheit und damit auch zu einer geringeren Wahlbeteiligung. Herr Mayer, das Wort hat...